Die Probleme beim Klimawandel sind, dass die Pole, die Polkappen schmilzen und dass das Wasser immer wärmer wird und dabei Orkane sich bilden können und sowas. Stürme. Ich selber sag meinen Eltern, dass wir weniger mit dem Auto fahren sollen und mehr Fahrrad und so fahren sollen. Und wir versuchen auch viel Strom zu sparen und nicht Licht anzulassen und so.